Moin Leute! Herzlich Willkommen jetzt in der Rundlein 8 ATS. Der letzte Auftrag, den konnte ich nicht beenden, weil ich ein DLC dazu geladen habe. Deswegen müssen wir jetzt einen neuen Auftrag haben. Wir fahren von Dingsbums nach Dingsbums. Wir gucken gleich. Das ist so eine Art Heavy Cargo. Mit... Weiß ich nicht. Äh... Wir fahren... Hier ist 6, ne? Fracht. Santa Maria. Ähm... Wovon wir jetzt ihn verziehen. Haha! Schickere Arm! Boah, mein Navi wieder. Ich muss mich konzentrieren. Ich hatte mir dieses Colorado... Nee, Colorado DLC hatte ich mir, glaube ich, runtergeladen. Deswegen wollte... Irgendwie heißt es... Nicht mehr den anderen Auftrag zu Ende fahren. Ja, Pech gehabt. Wird's machen. Kann's nix machen. Wieso durch? Vor allem müssen wir uns mal auf die Straße konzentrieren. Wieso fliehst du hier abstürzt? Schickere Arm, Schickere. Das war aber... Glück. Nee, bleib mal lieber auf der Spur. Ich schleuchte gerade so lang. Nehmen wir den eben noch. Mit... Und dann ordnen wir uns wieder ein. Oha... Ich muss mich jetzt wieder dran gewöhnen, ne? Dass ich kaum auf dem Lenkrad reißen darf. Ist nicht so einfach, ey. So, jetzt aber Abflug. Dafür was schaffen. Geld verdienen. Tolles machen. Und auf die Straße achten. Ist ganz wichtig. Was hast du, Flurruppe? Langweilig. Egal. Abflug. Schickerem, Schickerem, ne? Das wäre nicht so mein LKW. Ganz ähnlich. Western Star. Okay. Und dann? Wie lange fahren wir? 4 Stunden, ne? 4 Zeich. Das geht hier, ne? Können wir doch reißen, ne? Das hat so wohl nicht das Problem, dann. Dann müssen wir mal so langsam sehen, dass wir, glaube ich, wieder auf die andere Spur kommen, ne? Dann haben wir gerade so ordentlich schwungen. Wir wollen uns nicht liegen lassen. Und Zeit ist Geld, oder wie gesagt? Dann muss ich hier. Ne, du wartest jetzt. Schickerem. Und weiter geht's. Das war nicht so geplant. Dann musst du durch, ne? Du hast aber auch nicht viel Kraftstoff im Tank, ey. Dann müssen wir gerade raus, oder? Kollege! Hast du den da drauf? Sag mal. Cool, cool, cool. Cool, 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 Kollege. So, langsam rüber. Passt so, ne? Schickerem. Ich hab' nicht aufgepasst. Ich hab' nicht aufgepasst. Ist halt so, ne, aller Anfang ist schwer. Dann muss man durch. Ist jetzt zu weit vorne, ne? Geben's denn hier ab. Ja, die haben komisches Getriebe, ey. Ich hab' einen Moment sehen, ich saugen. Boah, ich bin schon halb in der Kreuzung drin. Vorsicht, Kollege. Das wäre nicht, musst du mal ihm lang? Danke, danke. Geht echt ein komisches Getriebe. So. So, jetzt aber. Damit wir vorankommen, ne? Ich muss mich manchmal echt konzentrieren, damit ich mich hier nicht total verschalte. Das ist noch nicht so easy peasy. Mit der Weinzelle. Wichtig ist jetzt hier erstmal ein bisschen auch an den Toch zu kommen, ne? Ein bisschen Geld verdienen. Ein paar Tolles. Dass wir uns mal irgendwann einen eigenen LKW leisten können und nicht immer so auf diese... diese Dings angewiesen sind hier. Verschiebt ja noch. Das ist neu so. Das ist neu so. Was ist denn so? Was, was ist denn so? Das ist hier. Das ist das Blächle. Ne, auch das brauchen wir nicht. Karbeltrommelformeln, oder so. Hier müssen wir auch wieder Drip Langsam ausruhen, obwohl der eigentlich krug nachläuft Jetzt kommen wir auch wieder ins Rollen, damit wir da ankommen So ist der Plan Mit dem Splitter ist gar nicht so einfach zu vorn Vor allem nicht immer so einfach nicht ans Mikro zu kommen Das läuft da mit einem Lenkrad reißen, dann klappt das Hier mit seinem Sportwagen, kommt nicht, rennt vorbei Nimm den Schub da mit an Was soll das sein? Pipi, das muss doch nicht Gibt Gäste, wir haben eulich Bestrecke mit, Kunde wortet Die Dorn hier zu nehmen Neu nicht Müssen Gas mehr Geld verdienen Jetzt kommt der mit den Schuhen 5,50m ist hier Ja, ist okay Wir fahren auch noch 1,70m Das ist noch nicht so viel schnell Hey, da hast du nicht mit gerechnet Wenn ich an dir vorbeiziehe Das ist noch mal so gelegen Wenn wir auch noch ordentlich Strecke 1,17m Jetzt schauen wir mal Ganz still die Vanille Das ist Baustelle Das ist noch ein Lenkrad reißen Sveni Das ist das nächste Gänste in diesem Spiel Ist wieder ab Das ist jetzt angenehm die 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 Was, ein Bierenpflücker, ne? Kann's nicht sein, so weh. Mach dich von die Straße, der. Na, mein, ich. Mann, Mann, Mann. Der Kunde wortet. Ja, wegen die wartet er auch noch länger. So, ein Schickler, Mann. Der ganze Schwung weg. Den lacht sich doch da jetzt ins Fäust, den. Kein Schwung mehr, Mann. Oh, so schick hier, ne? Eine Böke. Man, die bin da vorne ist, Mann. Erzähl, die so viel Blödsache. Die hat nur drei. Gut, ups. Ne, das passt noch nicht. Wir müssen quälen hier. Richtig? Ah, schiften ist heute Morgen noch nix, weh. Ich holt eigentlich rüber her, weh. Passt da? Muss passen. Schickler. So, wenn du kein Profi bist, dann sollte man sein. Nichts, ne? Der Trailer, der läuft gut nah. So, gucken wir wieder auf Schwung. Können wir da hinten lang hochschalten. Eine Gruppe ist das nicht. Nichts, ne? Nichts, ne? Lastzahlstufe. Switcher. Und wie nervt hat, wenn die nicht vorn, wie die vorn sollen. Kommst du denn nicht an das Ziel? Als Termin für? Nicht. Aber. Die sorgen schon dafür, dass du nicht ankommst. Dann müssen wir gleich ab, ne? Dann wollen wir mal lieber nicht mehr so Gas geben, dass wir hier auch pünktlich runterkommen. Die Straße gucken hab ich's noch nicht, ne? Oh, nee. Was ist das wieder? Könnt ihr wohl brechen, ne? So, jetzt heißt es wieder Umwegfahren. Jedes Morgen so gehen. Und ja, wir brechen. Wir sind dann hier eben rüber. Oh, da kriegen wir hin. Bin dann, ne? Na, langsam hier hoch. Ich hab ne, die Spiegel geguckt, ne? Ihr müsst mal, mal ein bisschen ausführen. Das war nicht gut. So, da kommt, glaub ich, grad nix. Der auch, ne? Der fahr ich hier langsam rum. Wir fahren hier wieder auf den Born-Drip. Dann müsste es ja klappen, ne? Wir müssen ein bisschen ausholen. Ja, wir sind viel zum Thema. Wir müssen ein bisschen ausholen. Na, klappt das aber. Guck mal. Klippt doch gerade so. Schick, kram, ne? Wir sind wieder auf dem Heuweh. Mann, Mann, ey. Das nimmt aber ganz schön oft. Hier ist das in letzter Zeit, dass die hier sich verunfallen. Können die nicht mal aufpassen, wie die fahren? Meine Pedale sind schon wieder unter dem DAF-Vorstand. Das ist auch nicht. Muss man ja sagen, wie es ist, ne? Nichts passiert. Der letzte Meter ist nur 22 Meilen noch, ne? Jetzt schiffen wir heute noch. Fangen wir ein bisschen langsamer. Das ist gar nicht so einfach jetzt. Doch, ist einfach nicht. Mit dem Trailer musst du ein bisschen aufpassen, ne? Aber das ging weh hin, Mann. Schick rein. Schon mal ein paar. Das klingt noch mit Mama weg. Komm mal, das läuft. Noch ein Stück weiter, ne? Da hat aber auch eine Ponne hier mit seinen schicken Spuren... Oh, nee. Polenta hat ihn angehalten. Guck mal, guck mal. Zu schnell gewesen, ne? Da kann uns nichts passieren, wie. Die Vornehmer vorschriftsmäßig. Nicht, aber das ist ja auch nicht wohl, ne? Hauptsache, man kommt am Ziel an. Der Rest ist ja... Nicht so wichtig, wollte ich sagen. Guck mal, haben wir geschafft. Ne, das machen wir uns selber eben. So, liebe Leute. Ich sag aber jetzt erst mal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf Chaos-Kanal, ihr wollt nichts mehr verpassen. Dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.